Hi, ich bin Jolina. Ich bin jetzt im zweiten Jahr meiner Ausbildung an der Film Acting School Cologne. Und in meiner Freizeit bin ich sehr gerne künstlerisch aktiv. Ich spiele ein paar Instrumente, wie zum Beispiel Gitarre und Klavier. Ich fotografiere sehr gerne und ich war auch früher als Kindermodel fotografisch tätig. Und genau, was ich am Schauspiel so liebe, ist, sich kreativ auszuprobieren. Wie zum Beispiel, da fällt mir eine Szene ein, meine erste Impro, die ich hier hatte, war, die hieß, in einer Minute sterben. Und da bin ich auf einem Stuhl, also da war ich auf Toilette und habe dann so gespielt, dass ich kein Klopapier erstmal hatte. Und dann, dass ich halt groß musste und dass ich dann quasi die Zeit abschätzen musste, wann eine Minute ist. Und dann es halt so getan habe, als wäre mir eine Ader im Kopf geplatzt und ich bin dann halt gestorben. Und ja, das war sehr lustig. Und ja, dann, was ich hier am meisten gelernt habe, ist, wer ich bin, was ich erreichen will und was ich kann, was ich vielleicht weniger gut kann. Und vor allem, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin und das ist gut, so wie ich bin. Und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ja, ich freue mich auf alles, was ich bin. Und ja, ich freue mich auf alles, was ich bin. Vielen Dank.